Mein Name ist Sanara und ich führe dich jetzt in deine Wochenmeditation, in die Zeit des Loslassens, in die Zeit, sich zur Ruhe zu begeben, genauso wie die Natur es uns jetzt gerade zeigt. Viel Freude dir! Wir befinden uns jetzt in dieser Zeit, in der Zeit des Loslassens. Warum des Loslassens? Schau mal nach draußen in die Natur. Die Natur lässt los. Die Blätter fallen von den Bäumen. Die Natur zieht sich sanft zurück. Sie zieht sich zurück, um wieder neu in ihre Kraft zu kommen. Um erstmal durch die Ruhe, durch die Ruhephase zu gehen. Und auch das dürfen wir für uns lernen, in diese Ruhephase zu kommen. Das Loslassen zu erfahren und zu lernen, wie du wirklich loslassen kannst. Wie du in deine Ruhephase kommst, dann begib dich mal in die Natur. Mach einen Spaziergang. Vielleicht in einen Wald. Was geschieht jetzt in diesem Moment in der Natur. Vielleicht, wenn du magst, gehst du mal auf einen Baum zu. Lehn deine Stirn wirklich an seinen Stamm. Was flüstert dir der Baum, wie er dir sagt, dass die Ruhephase so wichtig ist, um wieder neue Kräfte zu sammeln. Und auch das ist für dich wichtig. Nimm die Energie nochmals deutlich wahr. Schau in die Natur. Spüre den Baum, den du jetzt umarmst. Spüre und fühle, was er dir vermittelt. Ruhe und Gelassenheit des Loslassens, die du für dich übernehmen darfst, so wie es für dich richtig ist. Du darfst auch jetzt in eine gewisse Ruhephase kommen. In eine Ruhephase, die dir wieder mehr Kraft gibt. Die dir zeigt, dass du des Loslassens jetzt geben kannst. Dass du dich von vielen Dingen befreist. Von Dingen befreist, die dich hindern, einengen, dir den Überblick nicht mehr geben. Lass los wie dein Baum. Lass einfach los. Schau auf die Blätter, wie sie sanft zur Erde gleiten. Und schau auf dich, wie du jetzt diese Kraft des Baumes, der Natur, in dir übernehmen kannst. Und dich vorbereiten auf eine wunderschöne, stille Zeit. Auf eine Zeit der Einkehr. Auf eine Zeit, um zu sich zu finden. Auf eine Zeit, auch ganz bei dir zu sein. Das ist die Lehre der Natur. Das ist das, was unsere Natur uns vorgibt. Und wir, wir dürfen es übernehmen. Wir dürfen daraus lernen. Und es gibt nichts Schöneres, als sich mit der Natur zu verbinden und in der Natur die Erfahrungen aufzunehmen, um sie für sich in Erfüllung umzusetzen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Genieße es, gerade jetzt in dieser wunderbaren Zeit, wo die Natur uns in das Loslassen, in das Sich-zur-Ruhe-Begeben, ja, uns vorfühlt und uns zeigt, wie es geht. Bedanke dich bei der wunderbaren Natur. Bedanke dich auch bei deinem Baum. Und freue dich mit ihm, dass du für dich in die gleiche Ruhephase kommst, wie es dein Baum dir gesagt hat, um dir Zeit. Ich wünsche dir nun viel Freude, viel Freude zu dir zu finden, viel Freude, ganz bei dir zu sein, um in deine Ruhe zu kommen. In deine Ruhephase für mehr Kraft, die du dann auch wieder erneut schöpfen kannst. Dazu wünsche ich dir viel Freude, genieße diese Zeit, genieße diese Ruhephasen des Loslösens, um echt in dir die Kraft zu fühlen und zu spüren. Alles Liebe wünscht dir deine Sanara Ich wünsche dir deine Sanara